Ja, ich kann die beiden mal schocken, um sie zu töten und krieg ein Level ab. Jo. Das heißt, ich kann jetzt einen Circuit Point verteilen. Blunt Weapons, Blade Weapons, Heads, Guns, Rifles. Rifles wird zum Beispiel nicht schlecht. Do-Reading brauche ich nicht unbedingt. Ich quicksafe mal kurz, um zu gucken, ob ich das auch wieder rückgängig machen kann. Ja, ich kann es rückgängig machen, gut. Das würde Integrity erhöhen, plus 30%. Und gibt mir dann halt auf bestimmten Leveln, wo entweder kriege ich die Module so, wenn ich das richtige Level freischalte. Oder ich muss sie dann noch extra freischalten beim Level ab. Blocking. Plus 6% Sheetblock Chance, wäre auch nicht schlecht. Tauma Catalyzer brauche ich jetzt noch nicht, weil so oft werde ich das vielleicht nicht nutzen. Hm, Rifles. Und ich würde lieber Blade Weapons nehmen. Also Blade Weapons und Rifles. Knock Enemies, weil das auch alles cool klingt. Und bei denen halt Cost Bleeding in Organic Enemies. Wheel Lash or Limp. Deswegen gebe ich erstmal... Ne, ich gebe erstmal wirklich den Punkt in Armor, dass ich mehr Integrity habe. So, ist doch schon mal schön. Sind halt nur 7% jeweils. Fumium Capacitor. Ja, take all einfach. Plus 25, Fumium. Sehr schön. Damit scheinen wir das erste Level abgeschlossen zu haben. Es hat echt die Frage, können wir auf die anderen Levels zurück? Oder ist das wirklich Level basiert? Gut. Wir können auf die anderen Levels zurück. Okay. Wenn ich zweimal klicke, kann ich eine Note hinterlassen. Ah, die man sogar sehen kann. Aber so wie das aussieht, sind wir hier schon fertig. Gibt es eigentlich auch Statistik? Ja. Secrets found total. Zwei von 28. Also ist das nicht so viel. Und das zeigt sogar an, wie viele Secrets auf dem Level sind. Mhm. Okay. Damit kann ich gut leben. Aber 28 Secrets sind halt wirklich nicht viel. Hier sind es jetzt zum Beispiel drei. Mm-hmm. Okay. Das ist nur straightforward. Waterworks. Okay. Ah. Blitz-Dingsen wir mal. Ah. Komm. Sehr schön. Die Kiste. Wenn die Energie-Cell. Konfiguration bei Tauschen. Mehr Moon und. I miss Adam. I really miss my buddy Adam. The dude had one messed up sense of humor. Got fired over some naughty pictures or something. Now than a kid he sure is one half of a workhorse. But he seriously needs to lighten up. Have some fun man. He just keeps himself to himself all the goddamn time. Winnie Bench Chief Taylor. Ach ja. Und wenn ich umswitche. Dann ändert sich auch mein Integrity. Integrity. Wie frech. Na komm. Ah. Sehr schön. Und. Einfach mal die ganze Munition mitnehmen. Waffen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ihr seid einhändig. Family Gun. I found in the hidden corridor a perfect place to hide my prestigious piercer. There is a strict ban of guns here in the arcs for us commoners. But nobody is going to take a gun off of a brat bariton. My dad gave it to me and his dad gave it to him. All the way back to great great granddaddy. We baritons make care of ourself. If only I hadn't bent the screw on the wall brace. Just no one notices. I'm a bariton maintenance unit. Also ja. Secret halt. Und eine piercer. Hm. Macht weniger Schaden. Hat eine schnellere Attack Time. Braucht weniger Ammo aber. 4 Tile Range. 3 Tile Range nur. Bessere Cool Drone. Aber halt nicht die plus 2 Push Sisson. Die die Waffe hat. Aber jetzt erstmal so Set 1 switchen. und eben das hier tauschen. Aber ich denke, ich nehme den mal für eine Weile. So, und gehe vorsichtig weiter. Oh, hi. Na, komm. So, 5 Fumium. Natürlich treffe ich nicht. So. Damit treffe ich jedoch. Und ja, auch wenn die Keule mehr Schaden macht. Ich bleib jetzt einfach mal beim Schwert. Und ich muss auf jeden Fall nach solchen Schrauben Ausschau halten. Mhm. Hi. So. Schusswaffen machen halt mehr Schaden. Definitiv als Nahkampfwaffen. Was auch in einer gewissen Weise Sinn macht. Also, ja. Zeitred es los. Ein Verbandskasten. Also, Repair-Kit halt. Ich denke mal, das ist einfach nur ein Weg hier außenrum gleich. Und ich sollte X drücken. Hi. Komm. Oh, das war ein schöner Schaden. Na, komm näher. So, plus 10 wieder. Was sagt denn eigentlich mein Ding? So, ich bin schon wieder auf der Hälfte zum nächsten Level. Der könnte etwas unangenehmer werden. Deswegen schocke ich ihn mal. Knall ihn ab. Weil der droppt auch Munition, was immer schön ist. Ach, die Tür geht von automatisch wieder hinter mir zu. Ja, weil da kann ich nicht mal runtergehen. Das tut mir einfach nur weh. Und ja, das war, was ich gemeint habe. Hier komme ich einfach auf die andere Seite rüber. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal recht viel Spaß bei dem Game. Und ich sollte vorsichtig sein, wo ich drauf drücke. Nur wenn wirklich so ein Zahnrad-Symbol kommt. Also, ja, hier zum Beispiel kann ich lang. So, Ding, siehst bedrohlich aus. Ja, du bist ein Granare. Au. Also, ich kann dich nicht mal schotten. Ja, damit ich nicht immer eins auf die Fresse kriege, muss ich das wohl so machen. Und kann ich einfach wieder runterlassen. Das wollte ich eigentlich... Eigentlich nicht. Ich wollte dich eigentlich töten. Was willst du? Au. So. Einfach mal alles einsacken. Schade, ich kann die Druckplatte nicht nochmal betätigen. Nee. Gehen wir noch hier rum? Hm. Das selbe Spielchen wieder. One way. Oh, ein Aim-Stabilisizer. Und Zeug. Na. Die weiche ich mal nicht aus. Weil die kriege ich... Oder doch. Ich kriege die ja auch so tot irgendwie. So. Genau. Ach, du meine Güte. Okay. Hierfür packe ich mal die Stachelkeule aus. Kann ich euch beide elektrisieren? Nein. Ja. Aha. Das mache ich hier noch. Wirklich viel mehr Schaden macht das jetzt aber nicht. Nach Gefühl. Packen wir mal wieder das Ding aus. Na doch, macht mehr Schaden. Macht schon ein bisschen mehr... mehr Schaden. Und die geben 20 Fumi. Und mal setze ich's gelohnt, den anderen zu töten. Und geben halt Munition. Sehr schön. So, ich hätte auf jeden Fall gerne mal jetzt Blade Weapons. dass ich mit dem Ding mehr Schaden mache auf jeden Fall. Recruit Maze, Geld und ein Silver Key. Achso, da war die Feuer-Geschichte. Und ja, ich war hier noch nicht drin. Gut, ich denke mal eigentlich fast, dass ich meinen nächsten, meinen Kandidaten fürs Wochenendprojekt gefunden habe. Weil ich finde das Spiel gerade recht großartig. Hä? Achso, da war die Gittertür. Jetzt will ich noch hier reingucken, weil hier scheint ja nicht mehr viel zu sein. Ich hab nix gesagt. Hunter Shotgun. Sehr schön. Basic Servo Boost. Melee. Damage for a limited time. Ja, wer besser als die Position. Groot Warhammer, okay. Brick. Und das Ding hier. So, such fond memories of my study. Years. The Bureau had granted me a scholarship, which I gladly repaid by pledging to work in the Arxvaporum for a seven-year term. My dreams came true. When I first arrived on Capitol Island, coming from my home at Garion Islet, the astonishing sight of the labs, workshops, and all the machinery took me by storm. It was like Christmas trees covered with shiny cogs instead of balls and ornaments. It was heaven. Lots of folks grumble at the Bureau nowadays for silencing the critics and abusing power. Supposedly. In my eyes, the Bureau is doing it right. Technology, order and science should all be at the heart of society. I am where I am today. Amidst the pioneers of the world. Only thanks to the supreme bureau. So, statistics sagen, wir haben bereits ein Secret hier gefunden. Zwei fehlen uns noch. Könnte vielleicht hier noch irgendwas sein. Bin nicht hier drüben vielleicht. Oder halt weiter. Auf jeden Fall. Weil bis jetzt haben wir ja nur das eine hier gefunden. Aber ich denke mal, ich speichere jetzt mal richtig. Das hier war unser Quicksave. Ne, Quicksave sehe ich hier gar nicht. Wahrscheinlich, damit ich es nicht überspeichern kann. Nächstes Mal LP 001. Und speichern. Hat er jetzt gerade mich gemeint, weil ich gespeichert habe oder den Typen? Egal. Das war jetzt mal das Letztest soweit. Mir gefällt das Spiel schon mal recht, also was heißt recht, sehr, sehr gut. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, in der Steampunkwelt mit dem Buckler rumzurennen. Aber ja. Ich habe auf jeden Fall Spaß dabei. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns noch bei dem letzten Projektkandidaten, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte. Und dann sehen wir uns entweder bei diesem oder bei einem anderen Projekt wieder. Also, bis dann. Bis dann. Vielen Dank.